Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich, dass die Mädels Spaß haben, dass ich selber Wabel mitkicken kann, dass ich anfeuern kann, dass wir einfach eine tolle gemeinsame Zeit haben. Ich finde es cool, dass wir noch da stehen dürfen. Ich kenne die Käfig League schon länger, es ist einfach ein richtig richtig tolles Projekt und ich bin da sehr sehr gerne heute mit dabei. Platz für junge Mädels zu schaffen im Käfig, wo eigentlich doch sehr viele Jungs sind, dass sie sich hier in diesem Raum auch wohlfühlen und diesen Sport, den sie lieben, ausüben können und das ist das Empowernde an der Käfig League. Also mir macht Spaß, dass ich einmal Tore schieße. Dann freue ich mich auf jeden Fall am meisten. Ja!